Junge oder Mechen, jetzt ist es endlich raus. Laura Müller verriet im Netz nun das Geschlecht ihres ungeborenen Babys. Laura Müller, 24, ist aktuell mit ihrem zweiten Baby schwanger, nur kurz nach der Geburt ihres Sohnes Romaston, freuen sich Michael Wendler, 52, und seine Frau auf weiteren Nachwuchs. Im Netz kündigte Laura bereits vor einigen Tagen an, dass sie schon bald das Geschlecht ihres Baby verraten wird. In ihrer Story teilte sie ein Foto von ihrem Babybauch und schrieb dazu, Liebe Fans und Freunde, wie versprochen werden wir in wenigen Tagen das Geschlecht unseres zweiten Kindes verraten. Und am 18. September war es nun tatsächlich soweit. Laura Müller ließ die Bombe um das Babygeschlecht endlich platzen und verriet in einem emotionalen Reel, dass sie und der Musiker sich über einen zweiten Jungen freuen dürfen. In dem Clip küssen sich nicht nicht nur Michael Wendler und Laura Müller liebevoll, sondern der Musiker gibt auch dem mittlerweile recht großen Babybauch seiner Frau einen Kuss. Zu dem Clip schrieben sie, unser zweites Glück ist ein Junge. Wir sind so unfassbar stolz, bald Eltern von einem weiteren, wundervollen Sohn zu sein. Im Juli gaben der Skandalsänger und seine jüngere Ehefrau öffentlich bekannt, dass sie ein zweites Baby erwarten. Unser zweites Glück ist unterwegs, schrieben sie zu einem gemeinsamen Bild, auf denen das Paar gemeinsam einen Teddybären festhielt. Weiter schrieben sie, du wirst jetzt schon unendlich geliebt. Wir freuen uns auf dich. Wann genau der Nachwuchs das Licht der Welt erblicken wird, verriet Laura Müller bisher nicht. Lediglich, dass es noch dieses Jahr soweit sein soll, gab die 24-jährige Preis. Auf ein Foto von ihrem Nachwuchs könnten Fans und Follower allerdings lange warten. Bereits Homaston wurde seit seiner Geburt strengstens aus der Öffentlichkeit herausgehalten, Bilder und Videos von dem kleinen Mann hielten seine Eltern bisher unter Verschluss. Nach der Geburt erklärte Laura, um die Privatsphäre unseres Sohnes zu schützen, haben wir uns dazu entschlossen, ihn nicht in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Wir bitten unseren Wunsch auf Privatsphäre zu respektieren. Es ist also nur wahrscheinlich, dass Laura und Michael Wendler diese Strategie bei ihrem zweiten Baby fortsetzen werden. Vielen Dank. Vielen Dank.